Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier am Rand des Universums, über den wir bisher wenig wussten. Da hinten trifft man auf einen Baustellenzaun mit einem Schild. Durchgang verboten. Ganz am Rande bemerkt. Randfiguren machen hier Randbemerkungen. Eine Randbemerkung ist allein schon aus Platzgründen eher kurz und knapp. Das Einzige, was uns hier sichtbar verbindet, ist der Rand. Alle befinden sich gerade mitten einer randgefährlichen Randemie. Fast alles hat einen Rand, nur die randlose Brille nicht. Der Randschutzbeauftragte wacht über die Einhaltung der Randschutzverordnung, trifft die nötigen Randschutzmaßnahmen und prüft die Randschutztüren. Wenn eine Randgruppe an den Rand des Wahnsinns getrieben wird, dann beginnt sie zu randalieren und zu randschatzen. Und schlussendlich zündet sie auch noch eine Randgranate, damit alle den Rand halten. 2020 sind Coronaviren die einzigen Vielflieger bei Air-O-Soul. Was nicht Rand ist, ist innen oder außen. Wenn einer über den Tellerrand blickt, steht er vermutlich bis zum Hals in der Summe. Das Gegenteil von randlos ist randvoll. Tja, es gibt Dinge, zu denen man besser keine Meinung hat. Bei einer gelungenen Umrandung kommt es besonders darauf an, den gesamten Rand sorgfältig entlang zu gleiten. So, das haben wir jetzt auch. Je früher man stirbt, desto mehr bleibt einem erspart. Wir dürfen nicht vergessen, es kann jeden treffen.